Hallihallo Leute, willkommen, ihr seht's wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Mystery. Ich komm mir vor, als wenn täglich das Murmelt hier grüßt, ich hoffe ihr kennt den Film, sehr cooler Film, und ich bin schon wieder hier vor dem grünen Hintergrund. Das heißt, irgendwas ist passiert, der, ich nenn's jetzt mal, Krieg der Biome wurde losgetreten und ich bin jetzt einfach ultra gespannt, was mich hier erwartet. Ich weiß noch nichts, ich hab extra die letzten Tage nicht in meine Kommentare, nicht in die Video-Abo-Box reingeschaut, nicht wirklich viel mitbekommen, ich hab irgendwie was mit Badehose oder so mitbekommen, das macht mir schon sehr, sehr viel Angst, und jetzt hüpfen wir wieder direkt in Minecraft rein und schauen mal, was der Ork, ich hab ja gehört, der GroKo war's nicht, sondern der Ork und der Kalimero hier für mich wieder vorbereitet haben. Ich muss Angst haben, wo ich mich ausgelockt habe, das weiß ich nicht, jetzt geht's aber rein in Minecraft. In Minecraft angekommen, aktualisieren wir mal die Liste, ich hab's vorhin schon gesehen, der Kalimero ist mit online, das soll ja einer der Schuldigen sein, hab ich gehört, und ja, ich will's nicht unnötig spannend machen, irgendwie schon ein bisschen, muss ich gestehen. Jetzt, lasst uns mal raufgehen. Wie gesagt, kein Plan, wo ich mich eingeloggt habe, jetzt der altbekannte, typische rote Ladescreen vom Texture Pack hier, und, ja, ich bin wieder an der passenden Position, das ist jetzt das dritte Mal. Ich komm mir wirklich vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier und guck jetzt von hier irgendwo hin. Stimmt, wir haben die letzte Folge mit F5 nach hinten aufgenommen und hatten hier hinten doch mal so'n Blick auf die Schmiede geworfen. Da hatte ich mich zuletzt ausgelockt. Jetzt, jetzt... Lass euch mal schauen. Badehose, Schwimmflügel, jetzt ergibt das alles Sinn. Ich hab's irgendwie schon fast ein bisschen befürchtet. Ich hab's ja in manchen Kommentaren, äh, schon, sag ich mal, nach dem ersten Prank gesehen, dass der krasseste Prank wohl wäre, wenn man meine Basis mit Wasser fluten würde, und, no joke, haben die das jetzt wirklich gemacht? Alter, das... Sieht so aus. Und wir haben hier direkt einen Spion. Einen Spion, der hier gerade, der hier gerade schreiend wegrennt. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir können ihn ja mal rufen. Hallo? Hören Sie mich? Hallo, hallo. Hören Sie mich? Nein. Was, was machen Sie denn hier? Ich bin nicht da. Okay. Ey, Kalimiro, habt ihr, habt ihr hier wirklich alles mit Wasser geflutet? Niemals, niemals. Alter. Alter, Falter, okay, das ist schon ziemlich, ziemlich dekadent. Ich glaube, das ist, ja, kann ich mir noch eine schlimmere Stufe hier beim, beim Biomkrieg vorstellen, die hier gestehen kann. Ey, sogar das halbe Haus ist hier vorne unter Wasser. Wartet mal, wartet mal. Jetzt, 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 lass uns gleich mal den Kalimiro uns nochmal schnappen, den holen wir uns gleich mal wieder ran. Aber jetzt lass uns erst mal gucken, wie groß das, das Drama, Alter, das sieht richtig groß aus, wie groß das ganze Drama hier überhaupt ist. Ob's schön ist, fragst du, Kalimiro? Ja. Ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht von oben gesehen. Ich hab jetzt noch eine einzige Rakete. Ich glaub, meine anderen Raketen sind irgendwo in der Schalker-Chest. Dankeschön. Die da drinnen steht. Ey, jetzt, jetzt, äh. Oida. Nein! Alter, wie groß ist denn das bitte, Kalimiro? Ich hör dich nicht, warte. Er schwimmt. Es, es schwimmt. Okay, und ich kann nicht landen. Es ist, Alter, Leute, ab. Okay, das ist sehr, 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 sehr groß, wenn ich das mal so freundlich sagen darf. Und sehr viel Wasser und sehr, sehr tief. Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt etwas überfordert mit dem Ganzen, was hier ist. Ich glaube, das Biom ist noch größer als die anderen beiden Biome, sowohl das Sand als auch das andere Biom. Äh, was, was soll das denn jetzt? Kalimiro, was, was habt ihr euch dabei gedacht, da will ich das mal fragen darf? Äh, wir wollten dir einfach mal einen netten Gefallen tun. Guck mal, also du hast hier ein schönes Korallenbild. Stimmt, ich, ah, ich hab's total vergessen. Ich hab ja irgendwie total vergessen, hier meine Wasserlieferungen zu bestellen und meine Fische, die ich für mein Aquarium brauchte. Ja, ja, komm mal mit, komm mal mit. Alter, spinnt ihr? Also das ist ja noch viel größer als die anderen Biome, die ihr gebaut habt. Ja, die letzten gingen ja relativ schnell für dich zum Entfernen, also. Dann dachten wir mal, wenn dir es so leicht fällt, dann kriegst du doch mal was, was unbeständigeres. Ja, sehr schön. Und wo ist mein kleiner Strand, der da unten war vorher? Der ist überflutet worden einfach. Ja, äh, ja. Aber ey, dafür haben wir hier wieder liegen. Warte mal, jetzt muss ich mich mal hier reinlegen, Kalimiro. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wie? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Bisschen. Also, wenn's dir nicht reicht, das nächste Mal können wir gern mehr machen. Soll das eine Drohung sein? Nein, ein nettes Angebot. Soll das jetzt hier rauf hinauslaufen, wer den längeren Atem hat? Nö, 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 nö. Darauf ist es doch überhaupt nicht drauf angelegt. Ja, ja, ja. Ich höre diesen süffisanten Unterton, wenn ich das mal so sagen darf, Freundchen. Ähm, das muss ich mir jetzt nochmal im Detail anschauen, was das hier überhaupt geworden ist. Und, äh, Kalimiro, ich sag nur. Ich sitze hier am längeren Hebel. Ich hab den längeren Atem. Da habt ihr keine Chance gegen mich. Keine Chance. Was ab. Okay, es sieht schon richtig cool aus. Also, ich, ich muss gestehen, das wird mir in der Seele wehtun, das Ganze abzubauen. Oh! Ihr habt eine Nachricht da gelassen. Natürlich wieder oben drauf gestellt. Ja, natürlich. Das ist ja inzwischen Tradition. Liebe Ayosa, gerne haben wir wieder eine Runde bei dir gespielt. Dieses Mal haben wir auch den Schmutz mit Wasser weggespült. Liebe Grüße, Kalimiro und der Org. Okay, ja, äh, euch ist ein bisschen Wasser daneben gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber, guck mal, hier oben ist ja sogar noch Luft. Also, ein bisschen enttäuscht bin ich ja hier, nur so einen kleinen, kleinen See zu machen. Wenigstens gut, dass die beiden Burschen hier überlebt haben. Hoffe ich zumindest so ein bisschen, dass die ein bisschen überlebt haben. Gut, Kalimiro. Ähm, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ich werde, ich werde, äh, jetzt erstmal hier ein bisschen, äh, feucht durchwischen und das ganze Wasser nach diesem kleinen Fauxpas aufnehmen. Und, äh, dann melde ich mich bei dir. Ist das okay? Ich glaube, das könntest du eventuell ganz gut gebrauchen. Jetzt kriege ich sogar noch Schützenhilfe. Ich, soll ich eine Wette abschließen, was da drin ist? Schwämme? Schwämme? Nein! Kein Schwamm! Ein Conduit, okay. Ja. Mit Wasser ist auch nicht schlecht. Weißt du denn, wie du den baust? Ich hab gehört, du hast da so ein paar Startschwierigkeiten. Ich, ich hab's, nein, nein, ich hab keine Startschwierigkeiten. Ich hab das perfekt aufgebaut. Okay, ich glaube, das müsst ihr euch bei ihm in die Folge anschauen. Aber das ist gut. Wir können auf jeden Fall Luft holen. Ja, ich werd mir jetzt mal was einfallen lassen, was ich damit mache. Ich wollt's vor dem Kalimiro nicht sagen. Also, das ist wirklich schon, ich glaube, mit der krasseste Prank, den ich bisher gesehen habe, ey. Hier am Strand kann man liegen. Man kann hier schön mit dem Boot über das Wasser sliden. Also, das ist schon alles, ist schon alles cool. Und vor allem, ey, wie viel Detail und Liebe die wieder hier reingesteckt haben, ist echt crazy. Das tut mir in der Seele weh, das abzubauen. Aber ich hoffe, ihr könnt das ein ganz, ganz bisschen verstehen. Das muss weg. Ich kann nicht gegen die nachgehen. Ich kann hier nicht das Riesenbiom lassen. Also, das, das kann ich nicht. Deswegen werd ich das jetzt hier wieder abbauen. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert. Ich glaub, bei dem anderen, beim ersten Prank, hatte ich ungefähr anderthalb bis zwei Stunden gebraucht. Beim zweiten, eine gute Stunde mit dem Sand. Äh, ich bin gespannt, wie das dauert. Sehr, sehr lange. Ich werd verschiedene Methoden ausprobieren. Wenn ihr eine gute Idee habt für eine Methode, lass mich das in den Kommentaren wissen. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Äh, ich denke mal, eine Variante wäre jetzt Schwämme zu holen. Das wär, glaub ich, die erste Variante. Die zweite Variante ist, mit Lava zu arbeiten. Dass wir hier aus Stein und, oder Wasser und Lava Stein machen und das dann abbauen. Ich bin mir aber bei allem noch nicht so sicher. Wir werden es diese Episode ausprobieren. Äh, was ich zu dem Prank sagen soll, weiß ich nicht. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, wie krass ihr den Prank von 1 bis 10 findet. Ich würd sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Jagd nach Schwämmen. Und gucken mal, ob das eventuell eine gute Methode ist, um hier das Wasser aus der Basis rauszubekommen. Und ganz wichtig, das Allerwichtigste, Leute. Ich lasse die Tiere natürlich retten. Die Tintenfische weiß ich nicht, die spawnen ja hier natürlich. Ich würd aber gerne die anderen Fischis, die hier drin sind, aufsammeln. Ich denke mal, die werden Stück für Stück rübergehen. Oder ich geh jetzt nochmal mit dem Eimer hin und sammel die dann ein. Weil die sollten nicht draufgehen. Ich glaub, ich rette die jetzt mal als erstes, soweit es geht. Äh, weil die Tiere, ja, das wär zu schade. Die, die bringen wir dem Krokod, glaub ich, lieber, äh, dem Ork natürlich, lieber nochmal wieder zurück. Die Häuser wurden scheinbar auch geflutet. Ich kann von hier in meinen Pool fast reingehen. Naja, fast. Ich kann hier rausschauen, sagen wir es mal so. Die haben hier tatsächlich alles geflutet, die beiden Verrückten. Und ich hab jetzt schon mal, ihr konntet's grad, oder ihr seht's ja hier oben in der Ecke. Den Conduit hab ich schon mal aufgebaut. Das heißt, das Wasser, was jetzt hier drin ist, äh, oder wir haben hier im Wasser, wenn wir hier drin sind, unendlich Luft. Ich hab mir die einmal geschnappt. Ich werd jetzt das Korallenriff einmal abbauen, bevor das kaputt geht. Und ich werd mal gucken. Das war nicht ich. Ich hab auch gehört, der Kroko ist ein Delfinenmörder. Der hat hier schon Delfine umgebracht. Ich werd jetzt mal gucken. Ey, komm. Fischi! Wo bist denn du? Achso, warte mal, ich brauch einen Volleimer. Zack. Dass wir mal ein paar Fische mitnehmen. Weil die möchte ich, wie gesagt, retten. Ich möchte nicht wie der Kroko hier einfach Delfine umbringen. Und deswegen guck ich mal, dass wir hier so viele Fische, wie es geht, irgendwie retten. Und natürlich auch die Korallen irgendwie retten. Weil, für mich sind das ja mal gute Lieferungen, mit denen ich dann hier sehr, sehr schick hoffentlich meine zukünftige Basis bauen kann. Und ich werd mir, wie gesagt, nochmal was für die beiden als kleines Dankeschön einfallen lassen. Ach ja, und jetzt muss ich nochmal zu den beiden Burschen hier rein. Keine Ahnung, wie das gehen soll, ohne dass die hier nass werden. Wartet mal, Fischis. Ne, Fischis. Ihr bekommt nasse Füße. Und Seepferdchen heißt es jetzt. Und Seeesel. Mann. Ihr habt auch kein Herz für die armen Tiere, ne? Talimero und Kroko. Nein, schon sehr cool. Also, ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von dem Prank. Sieht mega gut aus alles. Aber ja, auch die schönsten Dinge ändern mal. Ich rette die Fische und dann bauen wir die Korallen ab. Ich soll mit der Bahn fahren, wurde mir hier gerade gesagt. Das machen wir mal. Man soll da wohl irgendwie unter Wasser... Ey, echt? Man kann unter Wasser mit der Bahn fahren? Seit wann geht das denn? Das wusste ich wirklich noch nicht. Okay, man lernt nie aus, wie ich das mal so hier schon mal auf jeden Fall sehe. Äh, ja. Es ist alles abgebaut. Ihr seht's, wenn wir jetzt hier reinhüpfen. Die meisten Korallen, ich glaube, fast alle Korallen sind verschwunden. Die hier in der Mitte lasse ich. Ich werde, wie gesagt, immer einen Teil des Bioms stehen lassen. Fand ich eine super coole Sache. So viel war es gar nicht. Fischis habe ich auch nicht so viele gesehen. Ich glaube, es sind tatsächlich einige hier bei den Magmafeldern draufgegangen. Die werden runtergezogen, sterben dann. Natürlich spawnen tun sie hier in dem Biom natürlich nicht. Ich gucke noch mal, ob welche da sind. Und dann überlegen wir uns mal, wie gesagt, ein paar Strategien, wie ich das Wasser hier rausbekommen kann. Dabei ist nichts. Ich habe gehofft, hier sind Schwämme dabei für meine erste Strategie. Sand ist da. Ich habe aber auch einigen Sand. Also das haben die beiden Jungs vergessen. Ich kann natürlich auch meinen eigenen Sand nehmen, um das Wasser zu entfernen. Ich würde aber gerne die Schwammmethode ausprobieren. Ich denke, die sind hier irgendwo in der Enderchest, wenn ich ehrlich bin. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal so frech hin und gucke mal, ob wir hier, wir haben ja hier ganz, ganz viele drumherum. Hier ist zum Beispiel einer, ein paar Schwämme mir selber besorgen kann. Ist ein bisschen glückabhängig. Wir schauen mal, ob wir welche finden. Da ist er schon, der erste Wassertempel. Ich habe einen genommen, der extra weit weg ist. Nicht, dass wir hier irgendwas machen, beziehungsweise irgendwas kaputt machen, wo noch was gebaut werden soll bei uns in der Nähe. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen einmal konzentrieren. Es ist schon lange her. Nicht in jedem, alter Fall, da sind hier viele Viecher. Muss unbedingt was drin sein. Oh, 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 oh. Wartet, wartet, wartet. Trefft ihr mich hier noch? Ne, okay. So, jetzt sind wir außerhalb der Range. Und jetzt kommen hier die alten, die alten Profi-Survival-Taktiken zugute, denn ich muss jetzt hier einmal runterspringen und hier mir so eine kleine Kammer bauen, wo ich nicht von denen angegriffen werden kann. Aber ich habe nicht viel Angst. Ich glaube nicht, dass ich hier großartig sterben werde. Okay, okay. Okay, ich habe doch ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst. Aber wir, wir bekommen das schon hin. Mein klassisches Setup ist aufgebaut, mit dem ich normalerweise hier reingehe. Ich stelle mir ein Beacon auf, Resistance, ziehe mir meine Brustplatte an, nehme Milch mit, nehme Türen mit, um zu atmen. Und jetzt kann ich hier einen Schluck trinken. Da drin ist auf jeden Fall so ein Teil. Ob Schwämme drin sind, ist natürlich immer ein bisschen Glückssache. Und jetzt können wir uns mal hier so einen kleinen Weg runter machen. Das mache ich immer als erstes. Mit dem man hier easy rein und raus kann. Rein geht's. Ich glaube, drei Stück müssten hier sein. Guck mal, da ist sogar schon der erste. Dankeschön für den Effekt. Machst du auch Damage oder bist du hier so schwach? Komm. Zack. Und damit sollten wir auch den ersten Schwamm haben. Mal schauen, wo die anderen sind. Heute Abend. Aber mal hier. Herz. A. La. Liebst. Komm. Komm. Viech. Dankeschön. Das war die... Oh, oh, oh. Vor denen muss ich mich ein bisschen mehr in Acht nehmen. Hier müsste... Ja, hier ist es die Nummer zwei, beziehungsweise die Nummer drei sein. Oh, oh, oh. Jetzt machen sie aber ordentliche Damage. Komm. Bursche. Weg da. Komm. Komm. Danke schön. Ich glaube, ich habe Pech gehabt. Ich habe mich jetzt überall einmal durchgewurschtet und durchgegraben. Normalerweise befinden die sich immer in den Flügeln, die Schwämme, wenn ich mich nicht vertue. Da sollten die Kammern sein. Es ist aber nichts dabei, außer die zwei... Ah, einen Schwamm habe ich verloren, obwohl ich drei Viecher gekillt habe. Äh, zwei Schwämme, die wir von den Endgegnern haben. Das ist wohl Pech gewesen. Kein passendes Ocean-Monument. Das heißt, ich darf die ganze Schose jetzt hier nochmal mit einem weiteren Tempel wiederholen. So muss es ausschauen. Ha, perfekt, perfekt, perfekt. Leute, ich habe sie. Die ersten Schwämme. Bis zu drei Kammern können es sein. Das ist jetzt die erste Kammer. Mal schauen, ob wir jetzt hier richtig Glück haben dafür, dass wir vorhin Pech hatten und hier richtig viele Schwämme irgendwie rausholen. Ich glaube, der Ork treibt sein Unwesen hier, Leute. Ich hatte anderthalb Stacks und jetzt sind die hier verschwunden. Hier hat gerade jemand mir die Schwämme abgeklaut und abgeluchzt, als er hier war. Ich denke, ich denke, ich denke, das war der Kroko. Weil der ist online mit dem Ork, äh, das ist der Ork, meine ich nicht, der Kroko. Der Kroko ist unschuldig. Wenn ich Kroko meine, äh, sage, meine ich natürlich den Ork. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Der hat mir gerade hier einfach die Schwämme geklaut. Ich habe eine Stimme gehört. Piep, piep, piep. Ork, mach mal. Miep. Den ersten Bereich habe ich jetzt abgetrennt. Vielleicht können wir den Ork irgendwie rauslocken, weil ich möchte jetzt die Methode mit den Schwämmen probieren. Ich würde die jetzt mal hier setzen und ich habe gehört, die soll wohl recht gut sein, wenn die Lücke nicht mehr als fünf Blöcke dazwischen beträgt. Die Frage ist, ob ich das hier mittig reinsetzen muss. Habt ihr es gerade gehört? Habt ihr es gerade gehört? Also, wenn die Schwämme hier gleich verschw- Warte mal. Schnäppchenpreis an der Strandbar. Schnäppchenpreis. Janus, grüß dich. Was machen Sie denn hier? Mensch, Mensch. Ich habe gehört, hier ist ein Ayosa in Not und dem wollte ich helfen. Ach, was haben Sie denn im Angebot? Schwämme vielleicht zufällig? Ich habe den spontanen Schwamm drüber shoppt hier und ich dachte mir, wir könnten ins Geschäft kommen. Das ist ja großzügig. Das ist ja großzügig. Ich bin, hallo. Das ist ja fast so gut wie meine Angebote im Blumenshop. Ja, ja. Hast du es schon gesehen? Wir waren schon im Blumenshop einkaufen. Ja, ich habe es schon gesehen. Es wurde jeder Trick genutzt. Es wurde alles gekauft, was du ins Angebot gestellt hast. Das geht doch nicht. Wie schaut es aus? Wie schaut es aus? Du brauchst Schwämme. Ich habe Schwämme. Das Angebot ist unersättlich. Ein Schnapper. Ein Slot gleich. Ein Engine Debris. Ja, warte. Ich mache es noch verlockender. Warte abwarte ab. Ich mache es noch etwas verlockender. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich kann das wirklich verlockender machen. Ja, ja, ja. Ich sehe schon. Jetzt pass auf. Und jetzt ist es doch verlockend. Ah, ja. Jetzt wird es so richtig schmackhaft. Die Farben ploppen mir entgegen. Guck mal. Ich habe schon Wasser gekauft. Ich habe schon Sand bei dir gekauft. Ich habe schon Bambus bei dir gekauft. Also, da muss es doch mal einen Discount geben. Habe ich da was für bekommen? Ich habe die Preise jetzt einfach mal so großzügig. Ich bin knallhart halbiert. Für einen guten. Normalerweise dachte ich mir, komm, hier sind Schwämme gefragt zum Saubermachen. Jetzt müssen wir sie halbieren. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist zu teuer, werte Ork. Ich glaube, sie verstehen die Preise nicht. Ich glaube dann. Ancient Debris. Das sind ja, warte, dass ich keinen Schmarrn erzähle. Die zwei Schalkerboxen gibt es für einen einzigen Netherite Barren. Das ist ja ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Ja, ich merke es schon. Was ist ein Schnäppchen? Ey, wenn das so teuer ist, dann muss ich meine Lieferung zurückgeben. Guck mal. Ich habe 14 Tage, ich habe sie online gekauft bei Ihnen. Habe ich ja Rückgaberecht. Sogar 28 Tage. Ist ja im Internet. Was hast du online gekauft? Ja, hier, mein Wasser. Das habe ich natürlich Rückgaberecht online. Hast du das Wasser bestellt? Ja, kann man so sagen. Ist dieser regelmäßige Bestellprozess, wo man nicht selber was machen muss. Ja, ich arbeite immer nur. Ich bin ja nur Unterricht. Zulieferer, ne? Zulieferer, ich unterstütze sie ja immer nur deswegen. Ich kenne ja die genauen Bedingungen nicht, die ihr da habt. Ja. Achso. Aber dann hätte ja auch eine unendliche Quelle gereicht. Ich dachte, also Kalimero hat mir da was ganz anderes erzählt. Ja, kann passieren. Die werden ja nicht gut bezahlt. Sie werden ja ausgebeutet, aber das ist gut. Ich vermute mal nicht, dass er da was Böses meint. Er hat gemeint, der EOSA wünscht sich was zum Entspannen. Ja. Sehr entspannt. Man sieht, wie entspannt ich wirke jetzt hier, wenn ich das sehe hier. Und dann noch die teuren Schwammel. Was wäre denn ein verlockender Deal, wie ich dich heute Abend noch davon überzeugen kann, beim Schwamm-Drüber-Shop eine Investition zu tätigen? Ich habe noch mal eine Frage vielleicht an Sie, bevor ich jetzt den Deal gleich abbreche und hier verschwinde. Was machen Sie gegen die blaue Seuche? Ich sehe, Sie sind nicht infiziert. Das ist die, ich glaube, dass das davon abhängig ist, wie viel Zeit man auf einem Server verbringt. Was soll das denn heißen? Dass ich sehr selten da bin. Achso, ich habe gedacht, gerade andersrum hier in Front. Nein, 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 nein. Ich bin so selten da. Ja, schau dir mal den Alba an. Der schaut ja noch cleaner aus wie der Ork. Ja. Wie sieht es denn aus? Kann ich sie auch für Kalimero bestellen? Ja, natürlich. Okay. Orkgasse 2 ist mittlerweile ausgeschildert. Ja, sehr schön. Sehr schön. Da werde ich mal vorbeischauen. Und wie der Ork gekommen ist, ist er auch wieder verschwunden. Ja, das war eine ziemlich wilde Begegnung, wenn ich das mal so sagen darf. Die Chance an meiner Schwamme zu kommen habe ich nicht. Der Shop ist noch da. Wir probieren jetzt aber die Methode aus. Mehrere gibt es gleich noch. Die eine Methode lautet, dass ich alle drei Blöcke, warte mal, ich sollte mal an einer Stelle ganz hinten anfangen, wo es auch sinnvoll ist, hingehe und alle drei Blöcke mit fünf Blöcken Abstand. Ist jetzt hier nicht ganz der Fall. Sind vier. Jetzt die Schwärmesätze. Das sollte wohl reichen, um das Wasser hier perfekt aufzusaugen. Machen wir. Zack. Schwamm. Eins, zwei, drei. Schwamm. Eins, zwei, drei. Schwamm. Eins, zwei, drei. Okay, mit fünf Blöcken Abstand geht das wohl. Scheint auch eine recht schnelle Methode zu sein, wenn ich ehrlich bin. Aber da fehlt mir natürlich jetzt schon das Stack Schwämme. Das heißt, ich schaffe nur ein Drittel ungefähr von der Strecke, die ich sonst schaffe. Ein bisschen ärgerlich. Wir probieren es jetzt aber erstmal hier bei den beiden Reihen aus. Das Entwässern dauert doch sehr, 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 sehr lange, wenn ich das mal so ganz, ganz freundlich ausdrücken darf. Die ersten drei Slots hier vorne sind jetzt alle. Ähm, ihr seht's, ich bin nicht alleine. Der Main, einer meiner Moderatoren, der auch schon in der Razzle World mitgeholfen hat, ist mit online. Ich hab vom Krokodil Erlaubnis, dass er hier drauf joinen darf. Wie gesagt, es hat er geschrieben, ist alles erlaubt, ist abgeklärt. Der darf mir jetzt hier nur helfen, das Wasser zu entfernen. Das macht er jetzt auch, deswegen hab ich einen Helfer dabei. Nicht wundern. Normalerweise, wie gesagt, können keine Zuschauer und Helferlein hier mit drauf. Minions, weiß man nicht, ob es hier diese Season gibt, wir werden es sehen. Aber, äh, der Main ist jetzt der erste Zuschauer, der hier helfen darf. Und er hilft mir jetzt hier, das abzubauen. Wir teilen uns die Arbeit auf. Der eine macht wahrscheinlich den Sand, der andere macht hier die Schwämme. Und dann wird's mit der Arbeitsteilung hoffentlich ein bisschen schneller gehen. Wie gesagt, die erste halbe Stunde ist um. Und ich würd sagen, es ist noch nicht mal ein Achtel geschafft. Es liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Aber ja, wir haben uns drauf eingelassen. Das gehört jetzt mit dazu. Gute anderthalb Stunden haben wir gebraucht, um das jetzt hier trocken zu legen. Ich würd sagen, ticken mehr als die Hälfte ist geschafft. Ein bisschen was liegt noch vor uns. Der Helfer, oder der liebe Main, muss man ja sagen, der hier fleißig, fleißig mitmacht, hilft mega. Das dauert sonst doppelt so lange. Ich bin mal gespannt. Ich denke, zum Schluss werde ich so drei Stunden, ich alleine gebraucht haben, plus drei Stunden für den Helfer. Das heißt einfach mal gut sechs Stunden, um das hier abzubauen. Plus die Zeit, die ich die Schwämme geholt habe. Also fast, ja, sechs Stunden, sieben, acht Stunden hier würde man brauchen, um den ganzen Prank hier abzubauen. Das ist schon ziemlich, ziemlich crazy, wenn ich das sagen darf. Jetzt geben wir weiter Gas. So gut wie alles Wasser ist entfernt und das dauert lange. Wir haben jetzt ungefähr, ja nochmal anderthalb Stunden, ein bisschen weniger gebraucht, um das jetzt hier zu machen, den Rest. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Das kann ich schon mal sagen. Ohne mein Helferlein, mein, also dein großes Dankeschön an dich, wäre das hier garantiert nicht so möglich gewesen, das zu machen. Ich hätte hier für den Prank, um den aufzuräumen, ich sag mal ganz konservativ, bestimmt, acht Stunden mindestens gebraucht. Jetzt müssen wir das Glas abreißen, jetzt müssen wir den ganzen Boden machen. Wir müssen hier ein bisschen Ordnung machen, wir müssen das hier abreißen, die Kiste müssen wir mal stapeln. Hier hinten ist ganz viel, ganz viel kaputt gegangen, leider. Da war ganz viel Grünzeug und so drauf. Das ist alles hier mit untergegangen. Das muss alles noch repariert werden. Das würde ich alles gerne noch machen. Und dann müssen wir natürlich auch noch Danke bei denen sagen. Jetzt geht es aber erstmal hier mit den Kleinigkeiten weiter. Die letzten Wasserblöcke möchte ich mit euch entnehmen. Die sind nämlich hier im Haus. Zack, damit ist alles weg. Und jetzt geht es mit den Details aufräumen weiter. Nach gut je, ich würde sagen, vier bis viereinhalb Stunden pro Spieler sind wir jetzt endlich soweit, dass die Höhle wieder vorzeigbar ist. Ich habe meine ganze Basis jetzt im Hintergrund wieder wunderbar grün gemacht, so wie es sollte, den Boden ausgetauscht, alles abgerissen. Die Org-Verkaufsstation, die ist natürlich noch da, die muss man selber abreißen. Aber so sieht die Höhle jetzt wieder aus, wie es sein soll. Das war wirklich ein komplett übertriebener und krasser Prank. Also ich weiß nicht, wie lange die gebraucht haben, um das aufzubauen. Ich habe jetzt mit allem drum und dran, plus Helferlein, wenn ich das selber gemacht hätte, mindestens zehn Stunden gebraucht. Und jetzt war er auch noch so nett und hat hier einmal tatsächlich alles in die Kisten einsortiert. Total lieb. Ihr seht, wir haben jetzt hier alle Kisten rübergeräumt, alles einsortiert. Und dadurch ist jetzt hier die Höhle bereit, vielleicht für die nächste Runde im Biomkrieg. Jetzt gehört es dazu, natürlich auch nochmal Danke zu sagen an die beiden. Ein Rache-Prank, wie gesagt, gibt es eventuell in der nächsten Folge. Kommt drauf an, kommt drauf an. Und das werden wir dann sehen. Jetzt müssen wir aber Danke sagen. Und ich habe eine ganz gute Strategie, glaube ich jetzt mal, wie wir eventuell mal ein Biom bekommen, was sich nicht abreißen muss, sondern was vielleicht auch hier hinpasst, nenne ich das mal. Lieber Ork, lieber Kalimero ohne Sombrero, vielen Dank für euer Badeparadies. Ich habe die Stunden am Wasser und Strand und im Wasser sehr genossen. Leider war der Klimawandel doch kein Märchen und das Meer ist ausgetrocknet. Ja, so schnell geht das. Ich konnte da nichts für. Das ist einfach ausgetrocknet. Für das nächste Biom wünsche ich mir eure Kreativität. Ich wünsche mir ein custom giftiges Pilzbiom. Mit leuchtend grünfarben und viel custom Pilzen. Gerne darf auch ein kleines vergiftetes Wäldchen mit in dem Biom auftauchen. Ich freue mich auf die nächste Runde hier. Ich nenne es jetzt einfach mal im Biom War. Und wenn es sehr gut ist, würde ich das Biom sogar stehen lassen. Mich würde es zudem sehr freuen, wenn sich das Biom vom Treppenaufgang, also der Bereich, wo Kroko hochgeht zu mir, bis zu meinem Portal zieht und sich an den Schmieden im Gelände entlang wendet. Gerne darf auch das Biom, sag ich mal, mit einem Weg verbunden sein oder darf einen Weg durchführen. Und Kroko, kleiner Spoiler hier, hat der Kroko sich nicht immer schon ein großes Aquarium gewünscht? Das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt die Nachricht, die ich denen lassen möchte. Ich sign das Ganze mal. Nenne das Ganze jetzt mal hier Biom War. So, sign and close. So, und wenn ich das jetzt so mache, sollte sich das hier, zack, verdoppeln. Und jetzt lassen wir die Nachricht beim Ork und auch beim Calimero da. Ihr habt es schon mitbekommen? Mein Plan ist also jetzt hier, ganz lieb und freundlich zu fragen, ob ich ein Biom bekomme, was bestehen bleiben kann. Weil so ein Biom möchte ich selber nochmal bauen, beziehungsweise wenn die es bauen, noch besser. Mal gucken, ob die auf diese, ja, Offerte eingehen und vielleicht jetzt gar nichts mehr machen. Entweder sie machen nichts oder sie machen was Cooles. Also ich glaube, mit der Situation kann ich da nicht als Verlierer unbedingt rausgehen. Oder was meint ihr? Wir machen jetzt einfach mal auf den Ork. Orkkasse, zack, wir stapeln es jetzt einfach mal. Ey. Und tun das Buch hier rein. Dann weiß er Bescheid. Und jetzt zum Calimero. Beim Calimero ist nichts, deswegen... Oh, der hat ein Kondotier reingebaut. Sieht auch nicht schlecht aus. Deswegen packen wir ihm mal das Buch rein und setzen wieder unser typisches Redstone-Aussufezeichen. Ey, warte mal. Da muss ich noch mit drauf. Jetzt hier einmal mit drauf. Und damit ist die doch sehr arbeitsintensive Folge zu Ende. Ich muss gestehen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ein krasses Biom wird. Also erstmal da ein Riesenrespekt an Krok und an Calimero. Richtig cool geworden. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert, das abzubauen. Hättet ihr, liebe Mein? Großes Dankeschön an dich. Ihr könnt gerne mal Danke meinen in den Chat hier oder in die Nachrichten schreiben. Hätte der nicht mitgeholfen, wäre das Ganze bestimmt für mich mit 10 Stunden ausgegangen. Das hätte ich nie geschafft, jetzt hier in einer Folge fertig zu machen. Mega, mega lieb. Ich bin gespannt, was die Reaktionen sind. Ich werde mich nochmal den Kroko versuchen, hiermit in die ganze Show so zu involvieren. Das wird es in der nächsten Folge geben. Also hier ein kleiner Spoiler zum Ende hin. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kostenloses Kommentar und vor allem kostenloses Abo. Dankeschön an dieser Stelle fürs Zusehen. Bis bald zum nächsten Mal. Ciao, Leute.